ich will mich immer ich will mich jetzt so ein bisschen überraschen lassen viel lange ich dann aufnehmen und wahrscheinlich erst drauf wenn wir jetzt sagen ja das war's vor allem wenn wir sagen wenn ich das so höre ich bin irgendwie so müde wobei ich heute gar nichts anstrengendes eigentlich gemacht hab ich weiß gar nicht warum ich so müde bin ich gehen wir mit den zwölf rauf ja hier müssen wir dann auch noch zwei treppen einsetzen wenn wir oben fertig sind ich brauche nur mehr drei släpps mal sehen ach so ja das geht sicher auch cool jetzt muss ich noch mal die nehmen mit die Erde bauen wir allerdings ab, soweit ich dort hin kann, gut, ja, dann machen wir hier zu, springen runter und tun uns weh und ja, das hier auch schon wegreißen, ja, wie ich das jetzt noch, hier fehlen Zäune, ja, da fehlen Zäune, das war genau vier, da, da, und hier dann, genauso wie hier, und drüben, ich wollte sagen, jetzt sind wir außen fertig, ja, ja, hab ich gedacht, und das war natürlich falsch, jetzt habe ich Zahntore, zwölf, ja, wird sich wahrscheinlich nicht was gehen, schauen wir mal, also hier habe ich die auch noch nicht, ja, das finde ich sehr toll, also ich glaube, hier habe ich jetzt auf jeden Fall nicht, äh, rechts davon schon, das wird sich so verdammt nicht ausgehen, ja, das gehört, das habe ich mit meinem Mund gemacht, naja, genau zwei fehlen, naja, gut, ich glaube, wir haben es, das sind jetzt die Zäune überall, genauso wie hier, und hier, und hier, Moment, war jetzt drüben, hier das auch, muss ich jetzt nachschauen, ja, okay, ja, gut, alles klar, wow, jetzt schaue ich mal kurz nach, wow, wie wenn das geplant wäre, von der Zeit her geht sich das, eigentlich, ah ne, nicht wie wenn es geplant wäre, hoppala, ich habe mich verschaut, naja, ich denke auch, soll ich das jetzt noch weitermachen oder nicht, ach komm, ja doch, dass diese eine Folge jetzt noch, ich bin nämlich gerade bei 45 Minuten, und sonst müsste ich die restlichen circa 5 Minuten, 4, 5 Minuten aufteilen, ja, das mache ich jetzt nicht, äh, ich nehme noch ein bisschen auf, damit das voll wird, damit das vom Folgen sind, ja, dann bin ich sehr zufrieden, so, wie sieht es hier aus, natürlich nichts angebaut, ich würde mal sagen, wir machen das jetzt, einfach so, weil wir es können, würde ich mal sagen, Ja, weil man braucht auch hin und wieder mal Brot, wenn ich dann wieder auf, schwierig, auf, auf einfach oder so stelle, da muss man dann auch irgendwas essen können, weil da hat man dann ja Hunger, ist ja völlig klar, hier bauen wir wieder die alte Eisenhau, und das, ähm, ja, habe ich momentan nicht dabei, das war jetzt wieder mein Handy, mal sehen, wer stört, ja, okay, nichts wichtiges, und mein rechtes Bein und Fuß schläft gerade ein, ja, ja, das ist natürlich wieder sehr fabelhaft, und das passiert mir öfters mal, wenn ich beim PC sitze, ich weiß auch nicht warum, mal sehen, ob sich das mit den, ähm, Samen ausgeht, aber ich denke schon, weil ich, glaube wir haben sogar noch was im Inventar, na komm, na komm, wir werden dann auch, denke ich mal, bald, äh, das neue Projekt beginnen, das neue Bauprojekt, vielleicht, ähm, ich muss mir jetzt noch überlegen, was ich als nächstes machen will, ob ich das mit diesem Strand echt mache, ob ich mal einen Hafen baue, oder noch irgendein komisches Haus, keine Ahnung, irgendwas möchte ich aber dann bald wieder bauen, und, ja, vielleicht sollten wir uns auch mal zuerst die Rohstoffe farmen, und dann bauen, aber, nee, dann überlege ich mir vielleicht irgendwas anderes, und dann, gehe ich das auch mit den, äh, Samen auch gar nicht aus, weil das, Feld ist einfach zu groß, und, ja, so Sachen halt, ja genau, hab ich jetzt hier dazwischen, ach nee, sah kurz so aus, gut, dann, gehen wir jetzt wieder, die Stadt hätte ich jetzt gesagt, in das, Dörfchen, ja, ach so, ja, wir hatten hier unseren Stall, wo äußerst viele, viele Tiere leben, extrem viele Tiere, naja, wir hatten, glaube ich, ja nur eine Kuh, weil die zweite hat sich verpest, irgendwie so war das, glaube ich, naja, wir müssen auch mal Tiere holen, glaube ich, das wäre nicht schlecht, ja, das könnten wir auch mal demnächst machen, ich würde mal sagen, nämlich, irgendwie, wie ich mir das jetzt so ansiehe, das Haus ist zwar, eher cool, finde ich, aber, wir könnten, so ein ähnliches, mit dem anderen Dach, genau daneben, nach dem Bund, hier, so ein schmäleres, ich denke, das könnten wir echt machen, auch so ein bisschen in dem Stil, und das mal ohne irgendeine Vorlage, die ich mal gemacht habe, einfach so, aus Gedanken, wir würden jetzt zwar schwer, aber das machen wir, ja, gut, dann würde ich mal sagen, das war's mal für heute, und, ja, dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, ja, bis dahin, ähm, und ich überlege mir, was dann noch mit dem Haus, und so, ja, ja, gut, dann bis zum nächsten Mal, ja, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.